Hallo meine Lieben und willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute geht es hier auf meinem Kanal schon wieder weiter mit True Crime und damit auch mit einem neuen Fall, den ich mir ausgesucht habe und über den ich euch gerne berichten möchte. Eine junge Frau fährt in ihre alte Heimatstadt, um dort gemeinsam mit ehemaligen Highschool-Freunden einen schönen und entspannten Abend zu verbringen. Doch am Ende ist die 23 Jahre alte Christina Morris spurlos verschwunden. Was ist im Laufe dieses Abends und der Nacht passiert? Christinas Familie ist verzweifelt und die Polizei zunächst ratlos. Doch um uns ein genaueres Bild von dem machen zu können, was am Abend des 29. August 2014 und im Laufe dieser Nacht eigentlich genau passiert ist, müssen wir natürlich wie immer erst einmal einen Schritt zurückgehen. Wer ist Christina Morris und wie begann eigentlich dieser Freitagabend Ende August 2014 genau für sie. Christina Morris wächst in einem Vorort von Dallas, der 250.000 Einwohner Stadt Plano im US-Bundesstaat Texas auf. Ihre Eltern lassen sich früh scheiden und Christina lebt danach gemeinsam mit ihren beiden Schwestern bei ihrem Vater und ihrer Stiefmutter. Jedoch hat sie auch weiterhin ein gutes Verhältnis zu ihrer leiblichen Mutter und die Familie kommt auch immer wieder zusammen. Christina ist ein süßes Kind. Ausgeglichen, lieb, aber auf der anderen Seite auch temperamentvoll und ein richtiger Wirbelwind. Sie ist fleißig und gut in der Schule, weswegen sie dann auch im Jahr 2009 nach dem Abschluss an der Allen High School in Plano die Texas University in Dallas besucht. Und diese dann einige Jahre später im Herbst 2013 mitsamt ihrem Bachelor in Business Marketing abschließt. Nach dem Abschluss an der Universität zieht Christina nach Fort Worth, der fünftgrößten Stadt in Texas, wo sie ab jetzt lebt und arbeitet. Und sie bekommt auch einen tollen Job. Einen Job im Management einer großen Dating Company. Und ja, sie beginnt ihr Leben zu leben. Sie ist jung, erfolgreich, hat viele Freunde und weiterhin ein enges Verhältnis zu ihrer Familie in der alten Heimat Plano. Die sie dank der nur knapp 85 Kilometer, die die beiden Städte voneinander trennen, regelmäßig sieht. Und sie ist auch mit jemandem zusammen. Hunter Lee Foster ist der Mann an Christinas Seite. Die beiden kennen sich schon einige Jahre und sind auch im Jahr 2014 schon eine ganze Zeit lang ein Paar und wohnen inzwischen auch zusammen in Fort Worth in einer gemeinsamen Wohnung. Alles läuft also sehr gut für Christina. Sie ist jetzt im Jahr 2014 23 Jahre alt, hat ihren Abschluss in der Tasche, einen Job, den sie liebt und der ihr Spaß macht. Sie beginnt auf eigenen Beinen zu stehen und... Ja, sie hat ihr ganzes Leben natürlich noch vor sich. Doch das alles änderte sich in der Nacht von 29. auf den 30. August 2014, dem Labor Day-Wochenende. An dem Christina, wie so viele andere junge Leute auch, einfach nur ausgehen und Spaß haben wollte. Doch sie wird unter mysteriösen Umständen verschwinden. Und niemand kann sich zunächst einen Reim darauf machen, was hier eigentlich genau passiert sein könnte. Es ist Freitag, der 29. August 2014 und Christina Morris hat für diesen Freitagabend große Pläne. Pläne, die schon seit vielen Wochen gemacht sind und auf die sie sich ganz besonders gefreut hat. Denn es steht ein Treffen zwischen ehemaligen Highschool-Freunden in ihrer alten Heimatstadt Plano an, wo Christina jahrelang die Ellen High School besucht hat. Und auch wenn sie nach dem Highschool-Abschluss, während ihrer Zeit des Studiums und auch jetzt, wo sie in Fort Worth lebt und arbeitet, gewisse Kontakte nach Plano hatte. In allererster Linie natürlich zu ihrer Familie und zu ihren Schwestern, die nach wie vor dort leben. Aber auch zu einigen Freundinnen von ihr, wo sie nach der Highschool den Kontakt aufrechterhalten hat. So weiß sie natürlich, dass an diesem Abend sie auch wieder Menschen treffen wird, die sie seit der Highschool überhaupt nicht mehr gesehen hat. Und das ist ja auch das Interessante an solchen Klassentreffen, wenn die dann nach 15, 15, 20 oder 30 Jahren stattfinden. Man sieht Menschen wieder, die einmal zum eigenen Alltag dazugehört haben, weil man mit ihnen in derselben Sportmannschaft war. Weil die Eltern befreundet gewesen sind und man deswegen die Wochenenden bei Grillpartys im Garten miteinander verbracht hat. Weil man jahrelang im selben Klassenzimmer saß. Und natürlich ist es interessant zu erfahren, was habt ihr eigentlich so in den letzten 15, 20 Jahren so getrieben. Was ist aus euch geworden? Was habt ihr mit eurem Leben gemacht? Habt ihr eine Familie gegründet? Habt ihr Karriere gemacht? Beides. Seid ihr ins Ausland gegangen? Was für Erfahrungen habt ihr so gemacht? Was habt ihr erlebt? Man kommt wieder zusammen und tauscht sich aus und Christina hat sich wahnsinnig auf diesen Abend gefreut. Und das hat sie sowohl ihrer Mutter erzählt, die sie einige Tage vorher noch angerufen hat und die sie auch informiert hat, dass sie nach Plano kommt für ein Klassentreffen. Und das hat sie auch Arbeitskollegen und Freunden in Fort Worth erzählt, wie sehr sie sich freut. Ja, und auch ihrem Freund Hunter hat sie natürlich erzählt, was sie an diesem Wochenende vorhat. Und der wiederum hat daraufhin seine ganz eigenen Pläne gemacht. Nämlich, dass er gemeinsam mit seinen Freunden nach Dallas fahren wird und dort am Freitagabend feiern wird und dann auch am Samstag erst irgendwann wieder nach Hause kommen wird. Ja, und während Hunter sich also jetzt auf den Weg nach Dallas macht, nachdem er sich von Christina verabschiedet hat, setzt sie sich selbst in ihr Auto und fährt die 85 Kilometer in ihre alte Heimatstadt Plano. Und als sie dort ankommt, parkt sie ihr Auto mitten in der Stadt in einem großen Parkhaus. Und zwar im Parkhaus an den Shops at Legacy. Und weil dieses Parkhaus und die Tatsache, dass Christina dort ihr Auto abgestellt hat, im späteren Verlauf dieses Falles noch eine so große Rolle spielen wird, möchte ich jetzt mal darauf eingehen, wo dieses Parkhaus genau ist und vor allen Dingen, was da außen drum herum ist. Denn unter diesen Shops at Legacy muss man sich quasi eine Mini-Stadt in dieser großen Stadt Plano vorstellen. Und in dieser Mini-Stadt gibt es alle möglichen Geschäfte, Bars, Restaurants, Kinos. Dort finden auch immer wieder Konzerte und Veranstaltungen statt. Und rund um dieses gigantische, stadtähnliche, offene XXL-Shopping-Center herum gibt es auch viele Hotels und Apartments. Und in einem dieser Apartments, direkt an den Shops at Legacy, lebt eine ehemalige Schulfreundin von Christina, Paulina Petroski. Und da sie dort ihr Apartment hat, hat man sich im Vorfeld darauf geeinigt, dass man sich bei ihr treffen wird, um dann anschließend direkt in diese kleine Stadt hineinzugehen. Denn, wie gesagt, es gibt Restaurants, Bars, Diskotheken, alles Mögliche. Das trifft sich also richtig gut. Und deswegen hat Christina ihr Auto auch dort im Parkhaus abgestellt und sich dann anschließend direkt auf den Weg zu Paulinas Apartment gemacht. Gemeinsam mit Christina Morris kommen jetzt, in den nächsten anderthalb Stunden, immer mehr Leute am vereinbarten Treffpunkt, also im Apartment von Paulina Petroski an. Und als die Gruppe vollzählig ist, geht es dann auch schon los. Man macht sich auf den Weg zu den Shops at Legacy, wo man zunächst ein Restaurant besucht und gemeinsam isst. Und anschließend, im Verlauf des Abends und der Nacht, tingelt man dann quasi von Bar zu Bar, von Diskothek zu Diskothek. Und am Ende sitzt man dann wieder genau in der Bar, wo man am Anfang angefangen hat. Die Stimmung ist ausgelassen und gut und alle in der Gruppe, außer Christina, trinken auch Alkohol. Und Paulina hat Christina dann wohl darauf angesprochen, warum sie nichts trinken möchte. Und Christina hat gesagt, dass sie erst einige Tage zuvor einen schlimmen Migräneanfall hatte. Und sie hatte sich so auf diesen Abend gefreut und wusste, dass Alkohol bei ihr die Migräne auch triggern kann. Und deswegen hat sie sich mit dem Alkohol zurückgehalten, ganz bewusst, weil sie eben nicht einen neuen Anfall jetzt provozieren wollte. Aber wie gesagt, trotzdem auch bei Christina, ohne dass sie jetzt was getrunken hat, war sie ausgelassen und fröhlich und hatte Spaß. Allerdings fiel auf, dass jedes Mal, wenn sie ihr Handy in die Hand genommen hat und SMS geschrieben hat, sich ihr Gesichtsausdruck verändert hat. Also im ersten Moment war sie noch fröhlich und ausgelassen. Dann hat sie ihr Handy gemeldet, sie hat sie in die Hand genommen und war genervt und wirkte auch gestresst. Das ist jedem oder fast jedem, der da dabei war, aufgefallen. Und es muss auch im Verlauf des Abends und der Nacht sehr oft der Fall gewesen sein, dass Christina Nachrichten bekommen hat und dass sie selbst auch immer wieder zum Handy gegriffen und geschrieben hat. Und dann hat sich eben ihre Stimmung radikal verändert. Dann war wieder Ruhe, Christina war wieder normal, dann griff sie wieder zum Handy und es war ihr anzusehen, irgendetwas nervt sie extrem. Ich werde darauf gleich nochmal zurückkommen. Um 1.30 Uhr nachts verlässt die Gruppe dann gemeinsam die Bar an den Shops at Legacy und man beschließt nochmal zurückzugehen zu Paulina Petroskis Apartment, um dort einfach noch ein wenig zusammenzusitzen. Und als die Gruppe um kurz nach 2 Uhr nachts dann dort auch ankommt, ist die Stimmung nach wie vor sehr gut, aber auch dort fällt wieder auf, dass Christina immer wieder am Handy ist und dass sie, um es mit den Worten eines Freundes zu sagen, der an diesem Abend dabei war, angepisst gebürgt hat. Der Grund dafür, und das wird später klar werden, ist ein Streit zwischen Christina und ihrem Freund Hunter gewesen, bevor sich die beiden am frühen Abend dieses Freitags voneinander getrennt haben. Ich hatte es euch ja vorhin erzählt, Hunter hat beschlossen, mit seinen Freunden in Dallas Party zu machen, während Christina ja jetzt bei ihrem Klassentreffen in Plano ist. Doch eigentlich war es so, dass Christina Hunter gerne dabei gehabt hätte. Also sie wollte, dass er sie auf dieses Klassentreffen begleitet. Doch Hunter hatte darauf überhaupt keine Lust. Und da ist der Kern des Streits begraben. Also sie hatten wohl schon diskutiert und miteinander gestritten, bevor Christina sich auf den Weg nach Plano und er sich auf den Weg nach Dallas gemacht hat. Und dieser Streit geht also jetzt quasi im Verlauf des Abends über SMS zwischen den beiden weiter. Und das war der Grund, warum Christina immer wieder genervt war, als sie zum Handy gegriffen hat und warum sie auch immer wieder von sich aus geschrieben hat. Denn sie war wütend auf Hunter, denn sie wollte unbedingt, dass er mit ihr mitkommt. Was sie zusätzlich noch gereizt hat, war wohl die Tatsache, dass Hunter ihr immer wieder nicht zurückgeschrieben hat. Er ist in Dallas, er macht Party mit seinen Freunden und sie hat sich wohl immer wieder bei ihm beklagt, dass er nicht mitgefahren ist, dass sie das nicht gut findet, sie hat ihn gerne dabei gehabt. Es gab dann wohl auch Diskussionen über andere Themen, man kennt das ja. Es gibt einen Auslöser für einen Streit und auf einmal gibt es dann immer mehr, 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 mehr. Und dann ist das große Ganze da. Ja, und deswegen war der Abend für sie, der ja eigentlich schön sein sollte, auf den sie sich ja lange gefreut hat, wohl doch nicht so toll, weil sie ja praktisch durch diese ewige SMS-Schreiberei und dieses ständige Genervtsein die Stimmung für sie jetzt nicht unbedingt besser gemacht hat, sagen wir es mal so. Später konnte man dann auch rekonstruieren, dass ab einem gewissen Punkt im Laufe dieser Nacht, wo Christina jetzt auch mit ihren Freunden schon im Apartment von Paulina Petrowski war, Hunter ihr überhaupt nicht mehr geantwortet hat. Also sie hat ihm wohl immer wieder noch geschrieben, aber es kam von ihm gar nichts mehr zurück. Der ursprüngliche Plan von Christina war eigentlich, dass sie bei ihrer Freundin Paulina im Apartment übernachten wollte und dann erst am Vormittag des nächsten Tages, also am Vormittag des 30. August, mit ihrem Auto wieder zurück nach Fort Worth fahren wollte. Doch um halb vier Uhr morgens dann, die Gruppe sitzt immer noch im Apartment zusammen, da trifft Christina eine, ja man kann es sagen, schicksalshafte Entscheidung. Denn sie entschließt sich dazu, nicht auf der Couch ihrer Freundin zu schlafen, wie ursprünglich geplant, sondern jetzt zurück nach Hause zu fahren. Ja, man kann sich natürlich die Frage stellen, warum, warum macht sie das jetzt? Es ist halb vier Uhr morgens, sie hätte auch noch drei, vier, fünf Stunden auf der Couch von Paulina schlafen können und dann, wie es ja ursprünglich geplant war, am Samstagvormittag zurück nach Fort Worth fahren können. Sie hatte kaum etwas getrunken, das heißt, wahrscheinlich hat auch das dazu geführt, dass sie sich dachte, sie kann jetzt noch nach Hause fahren. Es wird spekuliert und das ist auch das, was ich glaube, dass es sehr viel mit dem Streit zwischen ihr und Hunter zu tun gehabt hat. Man kennt das. Es hängt ein Streit in der Luft, der ungeklärt ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie innerlich so angespannt und genervt war, weil er sich jetzt auch nicht mehr gemeldet hat, dass sie einfach keine Lust schlichtweg hatte, jetzt in diesem Apartment zu sein. Langsam wurden auch alle um sie rum müde. Ein paar hatten sich auch schon hingelegt. Paulina selbst hatte sich wohl auch schon in ihr Schlafzimmer zurückgezogen. Das heißt, Christina wäre dann jetzt mit ihren Gedanken alleine in diesem Apartment gewesen, in den nächsten Stunden schlafen, hätte sie vielleicht auch nicht können, weil sie das so genervt und aufgeregt hat. Und dann hat sie halt wahrscheinlich die Entscheidung getroffen, bevor ich jetzt hier rumsitze und sowieso nur genervt und gestresst bin, kann ich mich auch ins Auto setzen und nach Hause fahren. Das ist nur Spekulation, aber ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich auch mit der Grund war, warum sie dann um kurz nach halb vier das Apartment von Paulina verlassen hat und sich auf den Weg gemacht hat, hinüber zum Parkhaus an den Shops at Legacy, wo sie ja viele Stunden zuvor ihr Auto geparkt hat. Einige Stunden später. Es ist Samstag, der 30. August 2014. An diesem Vormittag versucht eine Freundin von Christina, sie auf dem Handy zu erreichen. Sie möchte gerne wissen, wie es tags davor in Pleno auf dem Klassentreffen gewesen ist. Doch Christinas Handy ist aus. Auch ihre Eltern versuchen sie an diesem Samstag Nachmittag anzurufen. Sie haben extra erst Nachmittag angerufen, weil sie ja wussten, dass Christina wahrscheinlich erst früh am Morgen nach Hause kommen wird und wahrscheinlich länger schlafen wird. Doch Christinas Handy ist immer noch aus und sie antwortet auch nicht auf Nachrichten, was eher ungewöhnlich für sie ist. Doch wie gesagt, ihre Eltern machen sich jetzt nicht gleich allzu große Sorgen, denn sie wussten ja, es ist bestimmt spät geworden und wahrscheinlich schläft Christina den ganzen Samstag. Weswegen ihre Eltern sie dann am Sonntagmittag erneut anrufen. Also am 31. August. Doch auch an diesem Tag ist ihr Handy weiterhin aus und ihre Eltern erreichen sie nicht. Als Christina am Montagmorgen nicht zur Arbeit erscheint und ihr Vater genau davon erfährt, meldet er seine Tochter um 11 Uhr vormittags dann bei der Polizei als vermisst. Ich weiß ganz genau, welche Frage dem einen oder anderen jetzt wahrscheinlich durch den Kopf gehen wird. Dieselbe, die mir an dieser Stelle in meiner Recherche nämlich durch den Kopf ging. Was um alles in der Welt ist mit Hunter? Hunter und Christina waren schon längere Zeit zusammen und haben auch im selben Apartment zusammen gewohnt. Die Frage muss also erlaubt sein, warum Hunter, dem ja spätestens am Samstagmittag, als er selbst von Dallas wieder zurück nach Hause gekommen ist, aufgefallen sein müsste, dass seine Freundin nicht da ist. Und natürlich hätte ihm auch auffallen müssen, dass sie den ganzen Samstag und den ganzen Sonntag nicht nach Hause gekommen ist, also eine weitere Nacht nicht im gemeinsamen Apartment war. Warum also muss ihr Vater sie dann am Montag als vermisst melden und warum hat das Hunter nicht schon am Samstagmittag getan? Nachdem Christina Morris jetzt also verschwunden ist und von ihrem Vater als vermisst gemeldet wurde, kommt die Polizei ins Spiel. Und diese möchte natürlich zuallererst mit Hunter sprechen und ihm genau diese Frage stellen, warum er Christina nicht bereits am Samstag als vermisst gemeldet hat. Und Hunter sagt, dass ihm natürlich aufgefallen ist, als er selbst nach Hause kam vom Feiern, dass Christina nicht da ist, dass er allerdings davon ausging, dass sie immer noch wütend auf ihn ist. Wegen dem Streit, der ja bereits am Freitagabend begonnen hat und der sich ja dann im Laufe des Abends und der Nacht per SMS immer weiter aufgeschaukelt hat. Und er ist davon ausgegangen, dass Christina so wütend auf ihn war, dass sie bei ihren Eltern in Plano übernachtet hat. Das wäre auch der Grund gewesen, warum er sie weder am Samstag noch am Sonntag als vermisst gemeldet hat, weil er eben einfach dachte, sie bleibt bei ihren Eltern und fährt dann quasi von dort aus direkt montags zur Arbeit. Hä? Meine Freundin verlässt am Freitagabend die gemeinsame Wohnung, fährt in eine andere Stadt zu einem Klassentreffen und kommt nicht wie verabredet am nächsten Tag wieder nach Hause und ist dann auch den ganzen Tag nicht da und die ganze folgende Nacht und den ganzen folgenden Tag. Und ich überprüfe die Annahme, dass ich glaube, dass sie bei ihren Eltern aus Wut auf mich selbst übernachtet hat, nicht noch einmal, um festzustellen, ob das dann tatsächlich auch der Fall ist, das erschließt sich mir persönlich ehrlich gesagt nicht. Die Tatsache, dass Hunter jetzt Christina nicht als vermisst gemeldet hat, macht ihn für die Polizei natürlich verdächtig. Aber nicht nur deswegen ist er verdächtig, sondern auch, weil jetzt klar ist, dass dem Ganzen auch noch ein Streit vorangegangen ist. Christina Morris ist also spurlos verschwunden, hatte davor einen Streit mit ihrem Freund, der sie dann im Anschluss nicht als vermisst gemeldet hat. Es sieht also nicht gut aus. Für Hunter Foster. Darum wird er jetzt auch noch einmal eingehender befragt. Und Hunter erzählt, dass er mit Christina gestritten hat. Das gibt er zu. Er sagt, dass er dann anschließend mit Freunden in Dallas feiern war. Und dass er irgendwann mal im Laufe dieses Abends und der Nacht keine Lust mehr hatte, mit ihr zu streiten und ihr dementsprechend nicht mehr zurückgeschrieben hat. Außerdem hätte er sehr viel Alkohol getrunken und gibt auch zu, zusätzlich noch Xanax eingenommen zu haben. Aber er sagt, er war in Dallas und nicht in Plano. Und er hätte sich auch in dieser Nacht mit Christina nicht mehr getroffen. Er hätte sie nicht mehr gesehen. Und er wüsste auch nicht, wo sie jetzt ist und was mit ihr passiert ist. Er hätte nichts damit zu tun. Trotzdem, dass Hunter natürlich auch nach dieser zweiten Aussage für die Polizei weiterhin sehr verdächtig bleibt, müssen sie jetzt auch mit den Menschen sprechen, die Christina tatsächlich am Abend und in der Nacht, bevor sie verschwunden ist, gesehen haben. Mit den Menschen, mit denen sie zusammen war. Doch das Allerwichtigste ist jetzt erst einmal herauszufinden, ob sie Plano überhaupt in den frühen Morgenstunden des Samstags verlassen hat. Und es stellt sich schnell heraus, dass das wohl nicht der Fall war. Denn ihr 2001er Toyota Celica Silver steht abgeschlossen und unbeschädigt im Parkhaus. Genau an der Stelle, an der sie ihn Stunden zuvor am Freitagabend abgestellt hat. Das heißt, Christina Morris hat es nie zu ihrem Auto geschafft, nachdem sie die Wohnung ihrer Freundin verließ. Und das wiederum heißt, das, was immer ihr zugestoßen ist, muss auf dem kurzen Fußweg zwischen Paulinas Apartment und dem Parkhaus passiert sein. Während ein Teil der Ermittler mit der Gruppe von Freunden spricht, mit denen Christina die letzten Stunden vor ihrem Verschwinden verbracht hat, checkt ein anderer Teil das Videomaterial der Kamera auf der Strecke, die Christina zurückgelegt haben muss, wenn, wovon man ja ausgehen kann, sie zu ihrem Auto ins Parkhaus wollte. Vielleicht, so die Hoffnung der Ermittler, ist sie ja auf einer dieser Aufnahmen zu sehen. Und das ist sie. Doch nicht allein. Die Aufnahme einer Überwachungskamera in der Nähe der Parkgarage zeigt Christina Morris, wie sie um 3.57 Uhr dort entlang geht. Und neben ihr ein unbekannter Mann. Doch dieser Unbekannte bleibt nicht lange unbekannt. Denn der andere Teil der Ermittler, der mit Christinas Freunden spricht, findet schnell heraus, dass es sich bei dem jungen Mann auf dem Video um den 24 Jahre alten Enrique Orochi handelt. Einem ehemaligen Mitschüler der Allen High School, der an diesem Abend ebenfalls auf dem Klassentreffen war und der das Apartment nur kurz nach Christina verlassen hat. Das ist natürlich interessant, zumal Enrique dann offenbar der letzte Mensch gewesen sein dürfte, der Christina Morris gesehen hat und mit ihr gesprochen hat, bevor sie verschwand. Nachdem also für die Polizei jetzt klar ist, dass es sich bei dem jungen Mann, der neben Christina Morris auf dieser Videoaufnahme zu sehen ist, um Enrique Orochi handelt, möchten sie sofort mit ihm sprechen. Und er erklärt sich auch direkt bereit, das zu tun. Enrique sagt, dass es tatsächlich so war, dass er das Apartment von Paulina verlassen hat, kurz nachdem Christina ging. Und dass er sie unten auf der Straße vorm Apartmentkomplex auch wieder gesehen hat. Und dass die beiden dann ins Gespräch gekommen seien. Zum Verhältnis der beiden ist wichtig zu wissen, dass sie sich tatsächlich seit der High School nicht mehr gesehen haben, dass sie auch keinerlei Kontakt hatten. Aber natürlich haben sie sich im Laufe der letzten Stunden miteinander unterhalten. Und jetzt treffen sie sich also beide unten vorm Apartment auf der Straße, weil sie eben jetzt auch beide nach Hause wollen. Und Enrique erzählt der Polizei, Christina hätte ihm gesagt, dass ihr Auto drüben in der Parkgarage steht. Und da sein eigenes Auto ebenfalls dort geparkt war, hätte er Christina angeboten, mit ihr jetzt gemeinsam zu gehen. Sie zu begleiten. Und sie hat das Angebot auch angenommen. Die Ermittler wollen von Enrique wissen, ob ihm an Christinas Verhalten irgendetwas seltsam vorkam. Ob sie aufgebracht war, ob sie nervös gewesen ist, ob er das Gefühl hatte, dass sie Angst hatte, dass sie unsicher war und so weiter. Aber Enrique sagt, das genaue Gegenteil sei der Fall gewesen. Christina wäre ganz normal und locker gewesen. Und die beiden hätten sich sogar auf dem Weg bis zum Parkhaus gut unterhalten. Und man sieht das ja auch auf diesem Videoband, die beiden schlendern gemütlich nebeneinander her. Und man hat nicht den Eindruck, dass sich Christina irgendwie unfohl fühlen würde oder dass sie sich von Enrique irgendwie zurückziehen würde. Ganz im Gegenteil. Also die beiden wirken sehr entspannt. Und Enrique sagt dann weiter, dass er sich an einem bestimmten Punkt vor diesem Parkhaus von Christina aber getrennt hätte, weil sein Auto in einem ganz anderen Bereich dieser großen Parkgarage abgestellt war als ihres. Und deswegen hätte er auch nicht in denselben Eingang wie sie gemusst, sondern hätte einen anderen Eingang genommen, der seitlich am Parkhaus liegt. Was ihm allerdings noch aufgefallen sei, so erzählte den Ermittlern, war, dass Christina, nachdem er sich von ihr getrennt hat, telefoniert hat. Also dass sie ihr Handy in der Hand hatte und mit irgendjemand gesprochen hat. Mit wem, das hätte er allerdings nicht mitbekommen. Und er hätte Christina dann auch danach nicht mehr gesehen. Ja, Enrique erzählt, er sei dann eben durch diesen anderen Eingang ins Parkhaus zu seinem Auto und wäre dann über den Highway 75 nach Hause in seine Wohnung gefahren. Während die Ermittler jetzt weiterhin mit Christinas Freunden und ihrer Familie sprechen, beginnt die erste große Suchaktion nach ihr. Es werden überall Suchplakate verteilt und die Polizei beginnt mit intensiven Ermittlungen. Dabei haben sie auch in allererster Linie noch einmal Christinas Auto im Blick. Es wird noch einmal intensiv untersucht und nicht nur das Auto selbst, sondern auch die Umgebung um das Auto und um den Parkplatz, auf dem es stand, herum. Doch es wird nichts gefunden. Also auf der gesamten Etage, wo Christinas Wagen geparkt war, werden keine Spuren gefunden, die jetzt darauf hindeuten könnten, dass sie vielleicht angegriffen worden ist, dass sie verletzt wurde. Also es werden keine Blutspuren oder irgendwas in der Nähe ihres Wagens gefunden. Es sieht einfach wirklich danach aus, als wäre sie überhaupt nicht erst zu ihrem Auto oder in die Nähe ihres Autos gekommen. Doch was könnte Christina passiert sein? Die Ermittler nehmen sich jetzt noch einmal Hunter vor. Und der ist in der Zwischenzeit überhaupt nicht mehr bereit, mit der Polizei zusammenzuarbeiten. In seinen ersten beiden Aussagen hat er ja noch zugegeben, dass er mit ihr gestritten hat und hat auch versucht zu erklären, warum er sie nicht als vermisst gemeldet hat. Doch als es jetzt darum geht, sein Handy herauszugeben, dass die Polizei die Nachrichten zwischen ihm und Christina noch einmal lesen kann, in der Hoffnung, dass sich darin vielleicht doch irgendein Hinweis verbirgt, dass sie vielleicht noch etwas anderes vorhatte, dass sie sich noch mit jemand getroffen hat. Einfach um das herauszufinden, verweigert sich Hunter. Er möchte den Ermittlern sein Handy nicht geben. Doch nach sehr viel Druck seitens der Polizei ist Hunter dann irgendwann doch bereit, sein Handy herauszurücken. Doch man muss feststellen, dass er sehr viele Nachrichten zwischen ihm und Christina gelöscht hat. Vor allen Dingen auch Nachrichten, die die beiden sich während dieser Nacht geschrieben haben. Und das macht ihn jetzt natürlich wieder zusätzlich verdächtig. Er streitet mit ihr, dann meldet er sie nicht als vermisst und jetzt löscht er, nachdem er nur unter Druck das Handy herausgegeben hat, auch noch Nachrichten zwischen den beiden. Es sieht also nach wie vor nicht gut für ihn aus. Trotz der Tatsache, dass Hunter sich von Anfang an verdächtig verhalten hat und jetzt eben auch der Polizei nicht dabei helfen möchte, ja immerhin das Verschwinden seiner Freundin aufzuklären, indem er ihnen das Handy aushändigt, ist trotz allem für die Ermittler relativ schnell klar, dass er offenbar nichts mit dem Verschwinden von Christina zu tun haben kann. Denn die weiteren Ermittlungen zeigen, dass Hunter sich tatsächlich die ganze Nacht von Freitag auf Samstag mit vielen Freunden gemeinsam in Dallas aufgehalten hat. Er hat auch während dieser Zeit die Gruppe von Freunden, mit denen er unterwegs gewesen ist, nicht verlassen. Und auch seine Handydaten, die später dann eben ausgewertet werden können, zeigen, dass er an einer bestimmten Stelle in der Stadt von Dallas die ganze Zeit gewesen ist und dass er dann auch tatsächlich erst am nächsten Vormittag, also am Vormittag des Samstags, wieder zurück nach Hause in die gemeinsame Wohnung kam. Und auch dafür gab es dann wohl den einen oder anderen Zeugen, der Hunter da auch noch gesehen hat. Das heißt also, dass er offensichtlich nichts damit zu tun hatte, was mit Christina passiert ist, denn er war nicht in Plenum in dieser Nacht. Er hatte auch keinen Kontakt mehr mit ihr und es konnte auch festgestellt werden, dass Hunter nicht derjenige war, der mit Christina noch einmal telefoniert hat. Denn wir erinnern uns zurück, Enrique hatte ja bei seiner Aussage behauptet, dass als er sich von Christina getrennt hat, sie angeblich telefoniert hat. Und man könnte ja jetzt davon ausgehen, dass sie vielleicht noch mal mit Hunter gesprochen hat, dass er sie angerufen hat oder dass sie ihn angerufen hatten, dass die beiden ihren Streit jetzt am Telefon fortsetzen wollten. Doch das war nicht der Fall. Also es war nicht Hunter, mit dem Christina gesprochen hat. Und auch alles andere, was die Ermittlungen jetzt quasi, was ihn angeht, ergeben, zeigen ganz klar, dass er wohl nichts damit zu tun hatte, dass sie verschwunden ist oder was auch immer ihr passiert ist. Zum Thema Hunter Foster möchte ich an dieser Stelle noch sagen, dass es grundsätzlich wohl so war, das hat sich auch später gezeigt, dass Hunter erhebliche Probleme hatte, wohl schon auch in der Zeit, bevor Christina verschwunden ist. Es gibt ein Interview, das er gegeben hat, einige Tage nach ihrem Verschwinden. Und wenn man sich dieses Interview anschaut, dann sieht man klar, dass Hunter nicht ganz er selbst ist, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Also er steht entweder unter Medikamenteneinfluss in diesem Interview oder hat irgendwas anderes intus. Man merkt auf jeden Fall, dass er nicht ganz er selbst ist. Also seine Stimme ist sehr undeutlich. Er spricht sehr verwaschen. Ihm laufen auch die Tränen runter in diesem Gespräch, das er da geführt hat. Und Hunter Foster wurde auch viele Monate nach Christina Morris verschwinden verhaftet, weil er Drogen gekauft hat. Und zwar von einem verdeckten Ermittler, der ihn dann anschließend gleich festgenommen hat. Und Hunter saß dann wohl auch eine ganze Zeit lang im Gefängnis. Dementsprechend, er hatte wohl schon einige Zeit Probleme mit Medikamenten, mit Drogen und so weiter. Also damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass sich sein Verhalten erklären lässt mit dieser Tatsache. Aber vielleicht hatte er ja auch Angst. Das habe ich auch gelesen bei meiner Recherche. Hier und da sein Handy herauszugeben an die Polizei, weil er einfach noch ein bisschen was anderes auf seinem Handy hatte, was man vielleicht nicht hätte lesen sollen oder sehen sollen. Und das könnte eben auch ein Grund gewesen sein, dass es also quasi gar nicht so sehr um Christina ging, weil er eben mit ihrem Verschwinden gar nichts zu tun hatte. Und das tatsächlich auch die Wahrheit ist, sondern weil er eben das Handy nicht hergeben wollte, dass die Polizei irgendwelche anderen Aktivitäten da nicht zu sehen bekommt. Das ist alles nur Spekulation, aber könnte ich mir eben vorstellen. Das erklärt natürlich nicht, warum er sie nicht als vermisst gemeldet hat. Aber wenn jemand solche offensichtlichen Probleme hatte, wie Hunter sie anscheinend die ganze Zeit schon gehabt hat, auch bevor Christina verschwand, dann ist das zumindest der Ansatz einer Erklärung dafür, warum er sich eigentlich so seltsam verhalten hat. Während Hunter Foster jetzt also erst einmal kein Verdächtiger mehr für die Polizei ist, geht die Suche nach Christina Morris ungehindert weiter. Und in diesen ersten Tagen und Stunden nach ihrem Verschwinden fällt doch sehr auf, dass Enrique Aroji sich äußerst kooperativ und hilfsbereit gegenüber den Ermittlern zeigt. Vor allen Dingen fällt es auf, nachdem sie ihn noch einmal im Detail zu den Ereignissen dieses Abends und der Nacht befragen. Und ebenfalls fällt auf, dass er sich jetzt in Widersprüche verstrickt, die eben nicht ganz zu dem passen wollen, was er den Ermittlern in seiner ersten Aussage erzählt hat. Wir erinnern uns zurück, Enrique hatte behauptet, dass er und Christina sich an einem bestimmten Punkt vor dem Parkhaus schon voneinander getrennt hätten, weil sein Auto in einem ganz anderen Bereich gestanden hat. Doch das kann widerlegt werden. Die Ermittler finden heraus, dass Enriques Auto tatsächlich nur ein Stockwerk unter Christinas Wagen geparkt war und quasi gegenüber. Das heißt, er hätte sehr wohl in denselben Eingang wie Christina gehen müssen, um zu seinem Auto zu kommen. Aber nicht nur da hat er gelogen, sondern auch, was die Tatsache angeht, dass er sich überhaupt vorher von ihr getrennt hat. Es taucht nämlich ein weiteres Videoband auf, das direkt am Eingang von diesem Parkhaus aufgenommen worden ist, das eindeutig zeigt, dass Enrique und Christina auf diesen Eingang des Parkhauses miteinander zugegangen sind. Das heißt, da hat sich vorher niemand von irgendjemandem getrennt, sondern sie sind tatsächlich gemeinsam dorthin gegangen. Zwei Lügen also. Und die Frage stellt sich, warum hat er gelogen? Als die Polizei Enrique also jetzt erneut befragt, konfrontieren sie ihn mit diesen beiden offensichtlichen Lügen, die er erzählt hat. Zunächst einmal sagt Enrique, dass er an diesem Abend unheimlich viel Alkohol getrunken hat. Klammer auf, trotzdem war er offensichtlich der Meinung, dass er in der Lage ist, Auto zu fahren. Klammer zu, Fragezeichen. Aber wie auch immer, er sagt, er hat unheimlich viel Alkohol getrunken und deswegen sei es jetzt auch kein Wunder, dass er sich so genau an Details auch nicht mehr erinnern kann. Wohlgemerkt, in seiner ersten Aussage konnte er sich ganz genau daran erinnern, wie das alles abgelaufen ist, aber jetzt fällt ihm doch wieder ein, dass er ein bisschen viel getrunken hat und deswegen verschwimmen die Details. Außerdem sagt er auch, dass er ohnehin einen äußerst schlechten Orientierungssinn hätte und dass er darum gar nicht mehr gewusst hätte beziehungsweise ihm das gar nicht klar gewesen sei, dass sein und das Auto von Christina gar nicht so weit voneinander entfernt geparkt waren. Das klingt, ehrlich gesagt, nicht sehr glaubhaft, zumal, wenn man bedenkt, dass Enrique sich bei seiner ersten Aussage bei der Polizei ja ganz sicher war, was passiert ist und auch Details dazu genannt hat. Doch jetzt, nachdem ihn die Ermittler mit zwei offensichtlichen Lügen konfrontiert haben und ihm auch die neue Videoaufnahme präsentieren, die ja zeigt, dass er mit Christina das Parkhaus gemeinsam betreten hat, gibt es auf einmal Probleme mit dem Erinnerungsvermögen und dem Orientierungssinn. Die Ermittler bitten ihn nach diesen Widersprüchen darum, sich seinen Chevrolet Camara, das Auto, mit dem er an dem Abend unterwegs gewesen ist, näher anschauen zu dürfen und Enrique stimmt zu. Das Auto wird in den nächsten Tagen von der Spurensicherung genau unter die Lupe genommen. Doch in der Zwischenzeit finden die Ermittler noch mehr über Enrique heraus, das ebenfalls dafür spricht, dass er noch mehr verbirgt. So zum Beispiel, dass Enrique nicht wie üblich am Samstagmorgen, also nur wenige Stunden, nachdem das Klassentreffen beendet war und er Christina zum letzten Mal gesehen hat, wie er behauptet hat, pünktlich um 8 Uhr an seinem Arbeitsplatz erschienen ist. Seine Schicht hätte um 8 Uhr morgens am Samstag beginnen sollen, doch er ist erst um 11 aufgetaucht. Was an sich schon ungewöhnlich ist, weil er normalerweise sehr pünktlich bei der Arbeit war und was seinen Kollegen natürlich sofort auffiel, als er erst um 11 kam. Doch als er um 11 dann in der Arbeit war, hat er sich sehr seltsam verhalten. Seine Kollegen, die später mit den Ermittlern gesprochen haben, haben gesagt, dass er völlig abwesend gewirkt hat, dass er sehr aufgewühlt war auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehr in sich gekehrt und dass man so ihn eigentlich überhaupt nicht kennt. Also er hat sich absolut seltsam verhalten. Was dazu kommt ist, dass Enrique, und das ist mehreren Arbeitskollegen von ihm aufgefallen, Verletzungen an beiden Händen und auch an beiden Unterarmen hatte. Einer Kollegin fiel auf, dass er eine ganz klar zu erkennende Bisswunde an seinem Unterarm hatte und die war so deutlich zu sehen, dass seine Kollegin ihn direkt darauf angesprochen hat. Sie hat ihn gefragt, was da passiert ist und wie es dazu kommt, dass er da eine Bisswunde hat. Und Enrique hat zunächst wohl so ein bisschen herumgedruckst, wollte nicht recht rausrücken mit der Sprache, hat aber dann, nachdem seine Kollegin immer weiter gefragt hat, erzählt, dass er angeblich in der Nacht zuvor eine körperliche Auseinandersetzung mit jemandem hatte, dass es Streit gegeben hat und dass aufgrund dieses Streites eben dann diese Verletzungen entstanden sind. Doch die Polizei findet noch mehr heraus. So zum Beispiel, dass Enrique ein drittes Mal gelogen hat. In seiner ersten Aussage hatte er ja erzählt, dass als er sich von Christina getrennt hat und in sein Auto eingestiegen ist, er sofort nach Hause führte. Über den Highway 75, den er hätte nehmen müssen, um gleich nach Hause zu kommen. Doch als die Polizei jetzt Enriques Handy Daten auswertet, stellen sie fest, dass das nicht der Fall war. Er ist nicht nach Hause gefahren. Anstattdessen hat er eine ganz andere Richtung eingeschlagen, nachdem er das Parkhaus verlassen hat. Nämlich ist er in den Norden von Dallas gefahren. Und zwar über den Highway 121. Und dieser führt genau in die andere Richtung, als in die, in der Enrique wohnt und wo er behauptet hat, wo er hingefahren ist. Aber nicht nur die offensichtlich lange Autofahrt in eine komplett andere Richtung als die, die er angegeben hat bei der Polizei, lassen die Alarmglocken schrillen, sondern auch die Ergebnisse der Spurensicherung aus Enrique Orochis Wagen. Denn dort werden unter anderem zwei Tankquittungen gefunden. Die eine Tankquittung zeigt das Datum fünf Tage vor Christina Morris verschwinden. An diesem Tag hat Enrique seinen Wagen vollgetankt. Und die zweite Tankquittung, die gefunden wird, zeigt das Datum von Samstag Vormittag, wo er ja angeblich verschlafen hat. Er hat aber nicht verschlafen, denn in dieser Zeit war er mit seinem Auto beim Tanken und hat wieder vollgetankt. Das heißt, man muss sich schon die Frage stellen, welche lange Strecke er in dieser Nacht gefahren ist, die ihn offensichtlich dazu gezwungen hat, jetzt sein Auto schon wieder voll zu tanken, obwohl er es ja fünf Tage vorher erst vollgetankt hat. Also, wohin ist er gefahren? Was der Spurensicherung aber, abgesehen von diesen beiden Tankquittungen, die sie im Wagen gefunden haben, noch aufgefallen ist, war, dass dieses Auto blitzeblank geputzt war. Kein Krümel, kein Fussel, man hat sogar auf dem Rücksitz noch die Streifen gefunden, die der Staubsauger hinterlassen haben muss. Also, irgendjemand hat dieses Auto von oben bis unten blitzeblank geputzt und das war auch noch nicht sehr lange her. Und trotzdem, dass sogar der Unterboden offenbar mehrmals gewaschen und penibel gereinigt wurde, konnte die Spurensicherung trotzdem noch verschiedene Gräser, Pflanzenrückstände und wohl auch Rückstände von Waldboden sicherstellen. Das wiederum könnte bedeuten, dass der Wagen in einer Gegend beziehungsweise auf einem Gelände unterwegs war, die weder auf Envikes Heimweg noch auf seinem Weg zur Arbeit liegt. Und was dazu kommt ist, dass der Wagen vorne auf der rechten Seite eine kleine Delle hatte, die davor noch nicht da war. Wenn man das Ganze jetzt zusammen nimmt, dann könnte man spekulieren, dass Enrique in der Nacht, nachdem er das Parkhaus verlassen hat, eine längere Strecke gefahren ist, wo er normalerweise nicht lang fährt, auch eine ganze Zeit lang. Das zeigt, warum er dann auch tanken musste und dass er sich wohl in einem Gelände bewegt hat, wo er sonst auch nicht unterwegs war und diese Pflanzenrückstände und alles, was man dann unter seinem Auto noch fand, zeigen, dass er sich offensichtlich mit seinem Wagen in einem Gelände aufgehalten hat, wo er dann wahrscheinlich auch noch gegen irgendwas gefahren ist, weil ja vorne auch noch diese Delle im Auto war. Alles sehr verdächtig, wenn man bedenkt, dass er ja behauptet hat, er ist direkt nach Hause gefahren. Der Hammer allerdings wird dann im Kofferraum von Enriques Wagen gefunden und der Hammer heißt in diesem Fall DNA, die von Christina Morris stammt. Und in seiner zweiten Aussage bei der Polizei wurde Enrique von den Ermittlern gefragt, ob Christina Morris jemals in seinem Auto gesessen hat, ob sie jemals in seinem Auto war. Und er hat auf diese Frage mit Nein geantwortet. Natürlich nicht, er hat sich ja vorher von ihr schon getrennt, vor dem Parkhaus. Wie sollte sie dann in sein Auto kommen? Selbstverständlich war sie nicht in seinem Auto. Ihre DNA ist, wie gesagt, im Kofferraum gefunden worden. Dementsprechend kann man davon ausgehen, dass sie an einem bestimmten Punkt in diesem Kofferraum gewesen ist. Denn aufgrund der Menge der DNA, die man im Kofferraum fand von ihr, muss man davon ausgehen, dass es sich nicht um Touch-DNA handelt. Also quasi, dass Christina nur in diesen Kofferraum hineingefasst hat und deswegen ihre DNA dort war, sondern dass quasi ihr ganzer Körper in diesem Kofferraum gelegen hat. Denn an der Menge der DNA, die gefunden wurde, kann man das abschätzen. So habe ich gelesen. Also, Enrique hat ja behauptet, Christina war nie an seinem Auto. Deswegen erklären sich diese DNA-Spuren grundsätzlich nicht, wenn man jetzt seiner Aussage Glauben schenken will. Aber die Tatsache, dass so viel DNA gefunden wurde, schließt auch aus, dass sie aus irgendeinem Grund nur das Innere des Kofferraums berührt hat, sondern es impliziert, dass sie drin gelegen hat. Damit nicht genug war die Polizei in der Zwischenzeit auch in der Lage, ein drittes Videoband sicherzustellen. Auf diesem Videoband ist zu sehen, dass Enrique mit seinem Auto das Parkhaus ganz normal durch die Einfahrt um kurz nach vier verlässt, also kurz nachdem er mit Christina ins Parkhaus hinein ging. Man kann leider auf diesem Videoband nicht sehen, ob irgendjemand im Auto bei ihm ist, da die hinteren Scheiben des Wagens so klein sind und das Videomaterial auch nicht so gut ist, dass man das nicht sieht. Es kann sein, dass Christina zu diesem Zeitpunkt auf dem Rücksitz saß und man sie nur nicht sieht. Es ist aber wahrscheinlicher, dass sie zu diesem Zeitpunkt bereits im Kofferraum war. Nach diesen neuen Erkenntnissen beschließt die Polizei jetzt auch die Mülltonnen vor Enrique Orochis Apartment unter die Lupe zu nehmen. Dabei werden zwei Müllsäcke gefunden, die beide voll sind mit leeren Duftsprays und leeren Flaschen und ebenfalls Dosen von Reinigungsmitteln. Später konnte dann von der Spurensicherung auch festgestellt werden, dass diese Duftsprays innerhalb des Wagens von Enrique und auch die Reinigungsmittel zum Reinigen des Kofferraums benutzt worden sind. Also man hat wohl die Inhaltsstoffe sowohl der Duftsprays als auch der Reinigungsmittel analysieren können und konnte sie den Spuren, die man im Kofferraum und auch im Wagen Inneren fand, zuordnen. Nachdem die Spurensicherung jetzt im Dezember 2014 ihre Arbeit abgeschlossen und alle Ergebnisse den Ermittlern übergeben hat und diese daraufhin ebenfalls ihre Ermittlungen abschließen, wird Enrique Orochi festgenommen und wegen Entführung angeklagt. Nicht wegen Mord, sondern wegen Entführung. Denn von Christina fehlt nach wie vor trotz mehrerer groß angelegter Suchaktionen in den vergangenen Wochen in der Gegend vor allem nördlich von Dallas durch die Polizei und viele Freiwillige jede Spur. Enrique äußert sich nach seiner Verhaftung immer wieder und sagt, dass er Christina nichts angetan und sie nicht entführt hat. Denn er sei Zitat Enrique der netteste Mensch der Welt und somit überhaupt nicht in der Lage irgendjemand anders etwas anzutun. Doch wie der Öffentlichkeit jetzt nach seiner Verhaftung immer mehr zu Ohren kommt, hat der netteste Mensch der Welt nicht nur von Anfang an der Polizei sehr vieles verschwiegen und sie auch mehrfach angelogen, sondern er hatte offensichtlich auch ein Motiv für diese Tat. Denn durch weitere intensive Gespräche nach dem Verschwinden von Christina mit ihren Freunden, mit den Menschen, die an diesem Abend und in der Nacht im Apartment von Paulina gewesen sind, kann ermittelt werden, dass Enrique wohl während des ganzen Abends schon ein Auge auf ein anderes Mädchen aus dieser Gruppe von Freunden geworfen hatte. Doch diese junge Frau ließ ihn abblitzen. Und kurz bevor Christina Morris das Apartment verlassen hat, hat sich dieses junge Mädchen, auf die Enrique eben ein Auge geworfen hat, von ihm entfernt. Also sie saßen wohl noch gemeinsam auf der Couch, aber dann ist sie aufgestanden und hat sich ins Schlafzimmer gelegt, um dort eben dann zu schlafen. Und er saß dann alleine und offensichtlich frustriert, weil er abgeblitzt ist auf der Couch. Und dann hat er gesehen, Christina geht. Und dann ist er eben kurz danach auch gegangen. Und wie wir wissen, hat er ja dann Christina auch unten vorm Apartment getroffen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er frustriert war, weil er eben keinen Auftritt hatte bei diesem anderen jungen Mädchen, dass er wohl schon den ganzen Abend und auch während der Nacht versucht hat, immer wieder anzusprechen und anzubaggern. Und das hat nicht funktioniert. Und jetzt ist er also mit Christina Morris alleine unten auf der Straße und betritt mit ihr dann dieses Parkhaus. Und dann so die Vermutung, der Ermittler hat ihn dieser Frust und dieser Ärger über dieses andere Mädchen und darüber, dass er keine Chance bei ihr hatte, übermannt. Und dann hat er Christina angegriffen, niedergeschlagen, verletzt, gewürgt, gepackt, sie dann in seinen Kofferraum gelegt und ist dann mit dem Auto weggefahren. Und ist dann über eine sehr lange Zeit in den Norden von Dallas gefahren, in ein unwegsames Gelände und dann, ja, was dann? Ja, das sind sehr viele, vermutlich, vielleicht, wahrscheinlich, viel zu viele, um Enrique Aroji wegen Mordes anzuklagen. Zumal Christinas Körper ja nach wie vor nicht gefunden wurde, wenn man davon ausgeht, dass sie nicht mehr am Leben ist. Und das alles reicht einfach nicht für eine Mordanklage, bei weitem nicht. Doch alles, was die Ermittler bisher herausgefunden haben und vor allem natürlich auch die Indizien und Beweise aus Enriques Wagen reichen sehr wohl aus, um ihn wegen Entführung anzuklagen. Und genau das passiert ja jetzt auch. Während die Staatsanwaltschaft in ihrem Eröffnungsplädoyer einige Monate später vor Gericht der Jury durch die Blume vermittelt, sie müsse einfach nur ihren gesunden Menschenverstand benutzen und dann wäre vollkommen klar, dass Enrique Aroji Christina Morris in diesen frühen Morgenstunden aus diesem Parkhaus heraus entführt und irgendwo hingebracht hat. Die Verteidigung auf der anderen Seite bringt wieder Hunter Foster mit ins Spiel. Wer sagt denn eigentlich, dass er nicht doch irgendetwas mit ihrem Verschwinden zu tun hat? Sein seltsames Verhalten, die Tatsache, dass es Streit gab, dass er sie nicht als vermisst gemeldet hat und dass er anschließend dann auch noch keinerlei Interesse daran hatte, mit den Ermittlern zusammenzuarbeiten. Das alles spricht dafür, dass doch er derjenige war, der damit etwas zu tun haben könnte. Es beweist auf jeden Fall nichts, was die Staatsanwaltschaft hier vorlegt, das zumindest ist die Einschätzung der Verteidigung vor der Jury, dass Enrique Aroji Christina entführt hat. Nichts, es gibt keinen Beweis für wann, für wie, für wo und vor allen Dingen für warum. Und davon abgesehen, gibt es ja auch überhaupt keinen Beleg dafür, dass Christina nicht doch wieder aus diesem Parkhaus hinaus ging. Nachdem sie es gemeinsam mit Enrique betreten hat, hätte sie jederzeit durch einen anderen Ausgang hinaus auf die Straße gehen können. Um diese frühe Zeit war niemand dort unterwegs. Kameras waren nicht überall am Parkhaus rundherum und erst recht nicht im Parkhaus angebracht. Das heißt, wer sagt denn, dass sie nicht irgendjemanden getroffen hat, der sie entführt hat? Dass sie nicht zu irgendjemanden außerhalb des Parkhaus ins Auto eingestiegen ist. Das alles kann man doch überhaupt nicht beweisen. Was Enrique Aroji betrifft, so die Verteidigung, seien also alle Argumente der Staatsanwaltschaft. Reine Spekulation. Und aufgrund von Spekulationen kann man hier ja jetzt bitte niemanden wegen Entführung verurteilen. Die Jury allerdings, bestehend aus sechs Frauen und sechs Männern, sehen das Ganze nach 17-stündiger Beratung anders. Denn sie sind davon überzeugt, dass Enrique Christina entführt hat und dass die Staatsanwaltschaft dafür auch genug Beweise für einen Schuldspruch vorgelegt hat. Und deswegen sprechen sie Enrique Aroji auch schuldig und er bekommt eine lebenslange Haftstrafe. Christinas Eltern, die seit den ersten Widersprüchen, durch die sie von der Polizei erfahren haben, Enrique für schuldig gehalten haben, sind erleichtert nach diesem Urteil. Doch trauern um ihre Tochter können sie nach wie vor nicht. Denn Christina wurde nicht gefunden. Enrique Aroji sitzt also jetzt verurteilt wegen Entführung hinter Gittern. Doch die Suche nach Christina Morris hört nicht auf. Sie hat natürlich intensiv begonnen, nachdem sie verschwunden ist. Aber auch nach dem Prozess gegen Enrique geht sie weiter. Ihre Eltern organisieren immer wieder große Suchaktionen in der weitläufigen Gegend von Dallas. Und auch die Polizei sucht. Und zwar immer wieder intensiv. Am 7. März 2018, vier Jahre nach ihrem Verschwinden, werden dann von Arbeitern in der Nähe der kleinen Stadt Anna, 70 Kilometer außerhalb von Dallas entfernt, beim Beschneiden von Bäumen die sterblichen Überreste von Christina Morris gefunden. Was dann auch kurze Zeit später vom Gerichtsmediziner in Collin County offiziell bestätigt wird. Der Gerichtsmediziner muss aber ebenfalls einräumen, dass er aufgrund des Zustands der Überreste von Christina keine Todesursache mehr feststellen kann. Das heißt auch, dass Enrique Orochi in Zukunft nicht mehr wegen Mordes an ihr angeklagt werden kann. Ja, meine Lieben, damit sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Und wie immer am Ende, ihr wisst es, will ich euch natürlich auch meine ganz persönliche Meinung zu dem, was ich euch gerade alles erzählt habe, nicht vorenthalten. Und ich war, als ich an dem Punkt in meiner Recherche angekommen bin, wo ich gelesen habe, dass Enrique Orochi verhaftet wurde, sehr erleichtert, dass sich die Staatsanwaltschaft dazu entschieden hat, ihn nur in Anführungsstrichen wegen Entführung und nicht wegen Mordes anzuklagen. Denn ich habe in meinem Leben schon so viele Gerichtsprozesse geschaut, denn wie ihr wisst, ich interessiere mich ja seit sehr vielen Jahren dafür, was vor, während und nach einem Gerichtsprozess passiert. Vor allem bei Juryprozessen bin ich da immer sehr gespannt und habe schon wirklich sehr viele davon in der Vergangenheit gesehen. Und deswegen wusste ich, dass es offenbar nicht leicht für die Staatsanwaltschaft geworden wäre, in Anführungsstrichen, den Mord an Christina Morris vor Gericht bei einer Jury zu beweisen, dass am Ende ein Schuldspruch für Orochi herauskommt. Also deswegen war ich sehr erleichtert, dass sie sich dazu entschlossen haben, ihn nicht wegen Mordes ersten Grades anzuklagen, sondern wegen Entführung. Denn das, und das hat ja dann am Ende auch das Urteil der Jury bewiesen, konnte man beweisen. Man mag sich gar nicht vorstellen, was passiert wäre, hätte die Staatsanwaltschaft sich dazu entschieden, ihn wegen Mordes anzuklagen. Denn der Verteidiger von Enrique Orochi hatte auf jeden Fall Recht, als er gesagt hat, man weiß ja nicht, wann, wie, wo und vor allem wodurch. Und wenn man wann, wie, wo und wodurch nicht belegen kann vor einer Jury, dann wird es eben auch mit einem Schuldspruch wegen Mordes ersten Grades sehr schwer. Man hatte zu diesem Zeitpunkt eben auch den Körper von Christina nicht. Und man wusste ja auch noch gar nicht, ob sie tot ist. Also die Ermittler gingen davon aus, aber sie wussten es eben nicht. Und das wären dann doch vielleicht ein bisschen zu viele Spekulationen vor Gericht gewesen. Die Jury hat sich dann aber am Ende dazu entschieden, Enrique Orochi schuldig zu sprechen, wegen der Entführung von Christina Morris. Und ich ganz persönlich finde, dass die Staatsanwaltschaft das auch in diesem Prozess bewiesen hat. Und deswegen glaube ich es auch. Ich glaube, dass Enrique Christina entführt hat und dass er sie, nachdem sie dieses Parkhaus gemeinsam betreten haben, angegriffen hat. Wir sind hier im Reich der Spekulationen. Deswegen, wie gesagt, war es auch gut, dass er nicht wegen Mordes angeklagt worden ist, weil man ihn eben nicht beweisen kann. Aber ich könnte mir vorstellen. Und auch ich muss an dieser Stelle natürlich nur spekulieren, dass er sie, nachdem sie im Parkhaus waren, angegriffen hat, weil sie sich, so vermute ich, gegen seine Annäherungsversuche wahrscheinlich gewährt hat. Ich meine, er ist kurz zuvor bei einem anderen jungen Mädchen abgeblitzt. Er hat sich mit Christina auf dem Weg zum Parkhaus gut unterhalten und wahrscheinlich hat er gehofft, dass da noch so ein bisschen mehr passieren könnte in diesen frühen Morgenstunden. Und als sie ihn dann abgewiesen hat, wurde er eben noch wütender, als er wahrscheinlich zuvor schon war und hat sie dann angegriffen. Ich weiß natürlich nicht, ob er sie dabei schon getötet hat und sie dann anschließend in seinen Kofferraum gelegt und sie dann an die Stelle gebracht hat, wo man sie vier Jahre später fand. Oder ob er sie angegriffen hat, sie noch gelebt hat, als sie in seinem Kofferraum war und er sie dann später getötet hat. Aber so ungefähr wird das meiner Meinung nach wahrscheinlich abgelaufen sein. So könnte ich mir das vorstellen. Ich glaube nicht, dass Enrique Christina mit irgendetwas geschlagen hat. Denn auch wenn man später dann erfahren hat, dass der Gerichtsmediziner, als man ihre sterblichen Überreste gefunden hat, keine Todesursache feststellen konnte, so habe ich auch nichts darüber gelesen, dass man zum Beispiel an ihrem Schädel irgendwie Zeichen gefunden hat, dass sie geschlagen worden ist oder ähnliches. Vielleicht wurde das nur nicht veröffentlicht. Ich glaube aber tatsächlich, dass man das einfach nicht gefunden hat. Deswegen gehe ich davon aus, dass er sie angegriffen hat, dass er sie gewürgt hat, dass er an ihren Hals ging und dass sie vielleicht ohnmächtig wurde. Wie gesagt, wir sind da absolut im Reich der Spekulationen und deswegen möchte ich das auch nicht zu weiter ausführen, weil ich einfach keine Ahnung habe. Aber dass er sie angegriffen hat, dass sie in seinem Kofferraum war und dass er sie aus diesem Parkhaus entführt hat. Das ist für mich bewiesen worden und deswegen ist für mich auch der Schuldspruch einer, den ich absolut auch befürworten kann. Ich glaube nicht, dass Christina Morris, nachdem sie mit Enrique dieses Parkhaus betreten hat, noch einmal aus irgendeinem anderen Ausgang rausgegangen ist und zu jemand ins Auto eingestiegen ist oder ähnliches. Das glaube ich auf keinen Fall, denn Christinas Ziel war es, nach Hause zu kommen. Deswegen ist sie ja auch entgegen des ursprünglichen Planes, bei ihrer Freundin auf der Couch zu übernachten, noch gefahren. Sie wollte unbedingt nach Hause. Warum sollte sie also, kaum dass sie bei ihrem Auto angekommen ist, dass sie dann nach Hause bringt, auf einmal sich dazu entscheiden, mitten in der Nacht da noch irgendwo anders rumzulaufen? Das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn und selbst wenn man das glauben will, muss man am Ende natürlich immer noch die Frage beantworten, wie die DNA von Christina in Enrique Arochis Kofferraum kommt und warum er sich offensichtlich wahnsinnig viel Mühe gegeben hat, dieses Auto von oben bis unten mit mehreren Reinigungsmitteln, die man dann ja in seinem Müll gefunden hat, blitzeblank zu putzen, jede Menge Duftspray zu verteilen und dann auch noch sein Auto am nächsten Vormittag voll zu tanken, mit einer Bisswunde am Arm in seiner Arbeit zu erscheinen. Nein, also Christina Morris ist auf jeden Fall in diesem Auto gewesen und ich glaube kaum, dass sie freiwillig in seinen Kofferraum eingestiegen ist. Ja, meine Lieben, so viel also zu meiner ganz persönlichen Meinung, zu meinem heutigen Fall, zum Verschwinden und dann auch zum Tod von Christina Morris. Ein Fall, der mich wirklich auch wieder sehr lange beschäftigt hat, auch nachdem ich die Recherche abgeschlossen habe. Christina Morris war erst 23 Jahre alt, sie hatte ihr ganzes Leben noch vor sich, sie hat ihr Studium abgeschlossen, sie hatte ihren Traumjob, sie hatte ihre eigene Wohnung, ihr ganzes Leben lag noch vor ihr und ich habe mir auch so ein paar Interviews dann noch mit ihren Eltern angeschaut und man merkt einfach, wie wahnsinnig sie ihre Tochter vermissen und was für ein großes Loch der Verlust von Christina auch in ihr Leben gerissen hat und sie werden darüber niemals hinwegkommen, das wird sie ihr ganzes Leben lang begleiten. Natürlich auch Christinas Schwestern und ihre ganze Familie. Ja, meine Lieben, am Ende interessiert mich aber natürlich auch eure Meinung zu diesem Fall. Wie immer, schreibt mir gerne eure Gedanken unten in die Kommentare. Glaubt ihr wie ich, dass auf jeden Fall Enrique Orochi für den Tod von Christina Morris auf die eine oder auf die andere Art und Weise verantwortlich ist? Ich bin sehr gespannt, was ihr darüber denkt. Ja, meine Lieben, damit verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag und ich hoffe, wir sehen uns dann ganz bald im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut.